ja hey Leute ich bin der Zanni ich bin der Lexi vom Team Games Club und wenn ihr auf der Suche nach guten Videos seid ihr hier definitiv verkehrt wir zocken heute mal wieder Minecraft Adventure Map wir kriegen das Intro immer schlechter hin so ne wir gehen jetzt natürlich auf Multiplayer ähm und auf hier rauf ja so ähm Let's to join the game was willst du was ähm gerade eben da habe ich dich so gehört also ich hab das war TeamSpeak Fehler du meintest so ähm und wenn ihr auf der Suche nach Videos seid Alter da war das andere Handwerk so ich muss mich teleportieren ja ne wir gehen in die Mapiven rein ne oh ja äh slash tp Himmel also ja x ii x lexi x ii alter was machst du denn da ach lol jetzt weiß ich ich hab noch ein Shader Pack drin ah das können wir drin lassen ist okay x ii x zaa ni x ii x go äh wo sind wir denn drin und ich wundert was hier so komisch ist das ist Shader Pack so ey was ist denn hier so komisch hast du Shader Pack slash tp x ii x 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 das Problem ist nur ich werde da hinten nach egal auch mit Shader Pack sieht das eigentlich ganz nice aus so kann ich eigentlich weiter zocken es leckt ja auch nicht so doll ach da bist du alle die mehr bis jetzt da ist ja mal wohl hammer easy sorry hammer easy lol was wollt ihr nein lol 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 was denn das bin ich auch drin warte mal was ich werde denn jetzt gesponnt ach so ich muss mich nochmal teleportieren ne was hoffen ich muss ich mal hier ins bitte irgendwo hinlegen weil ich werde ich werde sonst immer da hier der lecky raum denk ich gar nicht ne warte mal neid hier ich will nacht dass ich schlafen kann leg dich mal mit hin oh ne geht grad schlecht warum warum denn sonst werde ich ach egal warte ich geh mal ok warte liegst du ja glaubst du das loll hier leckt das nicht mehr oh jetzt wieder und jetzt ja weil ich muss noch meine vitamine essen hier ich esse noch mal nur ob so ob neues glück ach so ja kannst du potten ach du scheiße hallo oh mein gott ich lesen was Fertig Das war sein absolut Danke Von wem ist die? Oh, was will der Spacko? Wer denn? Achso Fuck Ich bin auch runtergefallen Fertig 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 Geht doch so Jetzt können wir nicht zocken Also Ich weiß auch, wo du meintest Mit deinem Headset Sie können lesen Oder antworten Oder abbrechen Abbrechen Äh Antworten Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Äh Ähm Schicken Abbrechen Abbrechen Geschickt Achso So geil Ich weiß nicht genau Hier geht mal wieder gar nichts Hier steppt nicht der Bär Bist du schon drin? Ja Ja, dann komme ich mal zu dir Ja, bewegt deinen fetten Arten Guck mal, ich schaffe den ersten Jump nicht mehr Hey, what the fuck? Was? Oh Gott, ich hatte gerade übel den Leck Ich hatte gerade auf der Seite Das gleiche wie auf der Seite Ah doch, jetzt habe ich ihn wieder geschafft Ja, komm, der erste Jump, du hast den ersten Jump nicht geschafft Es hat Sehr gut, ich weiß Nein Bleib mal oben Du kannst dich zum Detail Oh scheiße, warte, bleib mal da nicht springen Whisper Du, du, du Ja, ich bin da Du, 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 du Ich weiß, kann man von da unten springen, wo du gerade bist? Von hier? Wo bin ich denn? Ist schon super, danke Ich habe es schon geschafft Ich bin runtergefallen Fuck Jetzt hast du mich voll abgelenmt Voll, ich sag, du bist runtergefallen Was machst du? Du machst den nächsten Jump Ich bin runtergefallen Ich sag, ich bin runtergefallen Und du machst den nächsten Jump Damit bist du auch runtergefallen Ja Da fragt man sich Da zweifelt man wirklich Bist du schon drin? Ja Da zweifelt man wirklich an deiner Intelligenz Ja, fuck you Fuck yourself Also ich meine nicht, wie hoch deine Intelligenz ist Oh nein, warte Ob du eine Intelligenz besitzt Schneller Ja, ich bin ja schon da Hä? Geh mal weg Ich seh dich nicht Du bist unsichtbar Ja, ich bin hinter dir Ich werde erst bald sichtbar Ah ja War mir die auch immer so Oh, da unten ist es Da unten ist es Unten sieht man die Welt Oh, fuck Aber der warte dann Nee Oh, was will der Spargo Oder ich muss mal gleich mein Handy ausmachen Oh, fuck Ich schaff dir nie Nachricht von Rendenke Lesen Lesen Hallo Ich kann es Anrufen oder fertig Antworten Sprechen Sie die Nachrichten Wir machen gerade ein Video Lass mal bitte Senden 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 Halt die Fresse Warte du Jetzt habe ich mein Handy schon ausgemacht Die sprüchen noch weiter Was? Achso Jetzt habe ich den Akku rausgenommen Hey, das Handy war aus Sie hat noch weitergesprochen So, jetzt mach du mal Hier Hä, wo bist du? Achso, du bist unsichtbar Neu Ich schaff diesen Jump nicht Warte So, go Warte, 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 warte Ich glaube, ich kenne den Trick Warte mal Ja, mach Ah, ne Doch, ne Warte Darf ich jetzt? Ich mach Ich hab Ja Achso, schau, sie sind gerade gleichzeitig gesprungen Loll Warum geht man eigentlich immer drauf, wenn man sich dann noch teleportiert? Ja, wenn man ja fällt Und diese ganze Zugeschwindigkeit mit der Teleportation ist So Jetzt sagt die doch Immer Warte, ich muss erst überlegen Ich mach von hier Nein Fuck Ich denk auch immer nie drin Aber es geht, glaube ich, schneller Weil dann fällt man nicht so lange Na Warte, ich mach nochmal Alter, wat is'n dat? Hast du jetzt zu mir teleportiert? So, mach du mal Loll Man könnte es rein theoretisch schaffen Wenn man direkt, nachdem er runterfällt, sich teleportiert Ja Will ich jetzt auch mal probieren Ich hab's vorhin sogar einmal geschafft Bist du da? Ja Dann bist du unsichtbar So Loll Jetzt ist die Frage, müssen wir auf die Plattform? Ich kann dieses Schild nicht lesen Ich hab kein Opti-Find drin Kann ich suchen Ja Warte 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 Welches Schild? Na, da drüben Geradeaus Auf dieser großen Plattform Nee, da steht Da steht Checkpoint Ja, dann lass du den Checkpoint nehmen Das bringt nix wirklich Das ist einfach nur ne Plattform Du musst doch wieder hier zurückspringen Willst du dir die Arbeit wirklich machen? Mini-Checkpoint? Hä? Ja, das ist sinnlos Warte mal, warte mal da Ich hab's Fuck Fuck Ah Guck, das bringt jetzt ja einen Mini-Checkpoint Ja Kannst du mal da runter Trägiger Cheater Ja, pst Erzähl keinem Ja, wo soll ich denn Ja, das können die auch alle im Chat lesen, ne? Ah, wie ist dieser Ex-Springer? Hast du? Nein! Oh geil, der Checkpoint hilft Üh, nein Boah geil, der Checkpoint hilft Oh Alter, ich schaff diesen Sprung hier nicht Aber ich hab ihn geschafft Loll Sollte mein Gold nicht abfressen Wollen wir mal hier nicht so So, 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 do, do, do Do, 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 do Nein, ich hab dich grad nicht geschlagen Das war knapp Alter, nehm mal kurz Ich nehm mal kurz diese Shader-Peckel raus Das, das, das leckt ja hier Shaders Nehm ich mal keinen Bäh, sieht das eklig aus Ja, ich hab ihn geschafft Aber es leckt nicht mehr Ich warte hier oben auf dich Ja Aber mach nicht irgendwie so eine Scheiße wie Trollen oder sowas, ne? Welche Scheiße? Warte, warte, ich schaff das Ne, ich guck dir ganz so zöl zu Jetzt hab ich die voll auf meinem Schreibtisch gerotzt Oh, komm Erstlich krieg ich jetzt mal voll für spätet damage Alter, was soll das? Ich hab ja gar gesagt, du sollt dich umher trollen Das lenkt mich total ab Ich treu dich nicht, ich guck dir nicht hinzu. Ja, aber trotzdem, das lenkt mich total ab, wenn du hier im... Okay, ich flieg im Creative umher. Alter, lass doch, lass doch mal. Das lenkt einen total ab. Okay. Scheiße. Ja, komm jetzt mal. Stell dich mal auf eine Plattform. Ja, ich starte auf wieder. Oh, jetzt bin ich raus. Riesbaffen. Oh, jetzt muss ich das noch eingeben. Slash tp xix 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 from Da gibst du ein? Nein, meine Tastatur ist irgendwie die ist auf amerikanische auf einmal gestellt. Wie kann ich hier jetzt? Ja, ich kümmer mich immer um einen Puh. So, hier. Geht doch. Ja, jetzt küll ich mich nicht... Alter! oh, da ist voll am Arsch. Boah. äh, das Ding wird es gar nicht. Gute müssen wir mal einmssten hier räubern... Jetzt puh... Boah, was soll'n die scheiße hier? Ich kümmer mich nur um den. Brauch ich noch irgendwas zu essen? Hier ist, 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 ist. Bin auch so derbe schlecht in diesem Scheiß, ne? Ist, ist, ist. So, hier fertig. Brauchst du noch Labor? Labor. Labor, geh mir mal einen Scheiß an. Und dann machen wir ihn noch happy. Oh, ist der Ball. Ich habe einen geilen Basketball. Loil. Boah, ich habe es geschafft, ne? Ich habe es nicht geschafft, aber... Sag mir, wenn du ganz oben bist, ne? So, jetzt kommt er. Ich will nicht mehr liegen. Ich will nicht mehr. Oh, machen wir nicht alle etwas? Wie soll ich mich eigentlich gerade teleportieren? Ach, komm her. Gleich ist er wieder happy. Nicht wie bei COD. Jetzt, jetzt hat meine Maus lecks. Ihr wisst nicht, wie... Ausra... Äh, wie zah... Oh, scheiße. Das musst du, das musst du piepen, okay? Ja. Ähm... Ihr wisst nicht, wie Zahni ausrastet bei COD. Also, das ist... Wenn man da mit einer Schrotze weghaut, dann... Der schaut einem... Oh, komm, lass mich den letzten Sprung jetzt hier schieten, sonst hat die Adventure-Web kein Ende. So, ich habe es geschafft. Noch einmal... Achso, ja, warte, 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 warte. Ich muss noch schnell was eingeben. Ähm... Wie viel... Wie viel goldene Äpfel vorerst, nu? Wo... Real gangster shit. Lol. Lol, hä? Hä? Was? Ich habe mich gerade auf Game of One gesetzt. Jetzt könnte ich mir wieder hochfliegen. jess spielt dota 2 kann die nachricht bei dir gerade auch ja sagst du auf fenster auf voll im fenster ja ja was soll ich jetzt machen also du hast schon fenster aber du hast auch ganz groß gezogen ja ich muss nicht mal kurz zu dir teleportieren okay du bist was denn du fliegst genau vor meine nase gerade hoch und dann kommt dass du dich zu mir teleportieren muss ja nee ich hatte noch game mode 1 drin und so ja der machte jetzt game mode aus ja habe ich ja auch nicht immer noch drin so jetzt muss ich mich noch mal zu dir teleportieren wieso denn ja damit steht dass mich das drin hat er mich gleich hoch und so drücken kann ich das nicht erst eingeben kann ich bin darüber jetzt ich dachte du hast hier wieder irgendein logik fehler mach jetzt ich logik fehler links dahin stopp bleibt da bleibt da ja ich habe so fette nix ne warte klammern ich habe jetzt keinen bock auf diese shader pack auch wenn es so verdammt geil ist aber mit aufnahme sind also wenn man aufnimmt dann wird es halt so viele lecks aber was erzielt ich dir das so er hat die jahres wieso ist halt warum und wer nicht vorbleibt um die tippe nirgendwo in den tippen 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 ach ne burgers ich habe mich zu schlagen drops nach mir bleibt mal stehen welcher leiter soll ich es anfangen Jo. Auf. Pass auf, ich zeig dir, ich zeig dir, wie das geht. Ja, nein, ich bin, guck mal, bleib mir stehen, bleib mir stehen. Ah, da oben, ah. Der ist jetzt der Junge. Ja, ich backe hier fest, man. Ey, ich, ach so, wegen der Leiter. Oh. Ey, nicht zu mir. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Was warst du hier? Äh, warten. Nein! Oh, lol. Jetzt sind wir beide runtergefallen. Bist du da? Ja. Alter, ich komm zu dir. Okay, das wird nett, nein, ich bin noch nicht da. Das wird nett, weil die niemals endet. Die mag uns nicht. Bist du da? Ja. Also, falls, falls ihr mich hier als Skelett vor dem PC auffinden solltet, weil wir die Adventure Map nicht schaffen. Ähm. Das ist assi. Jo, ich weiß nicht, was ihr da machen sollt. Macht halt irgendwas, was euch grad Spaß macht. So, jetzt bleibt bitte nicht im Sprung. Oh, lol. Haha. Du bist so ne... Ich mach mit's erst Gamehouse rein, damit ich nicht runterfall. So, ich bin da, kann's kommen. So, und jetzt flieg ich da hin, wo ich war. Das ist schwul. Ne, das war harte Arbeit. Ja, und? Was? Ja. Nur weil du so dämlich bist du da runtergefallen bist? Ich mach das doch jetzt nicht normal. Ich hab's gleich nochmal geschafft. Dann kriegst du von mir einen Kuss. Ne, küsst du nicht, dass ich schwul. Das fühle ich gar nicht, Ernst. Dafür mach ich das mit diesen dummen Sprüngen nochmal. Also das hier. Ah, fuck. Ah, diese Microphone-Musik, die beruhigt mich so. Komm. Jaaa. Oh, komm. So. So, hier. Komm. Nicht! Also... LOL! Hä? Diese Scheißleiter nicht geben wir... Was soll das denn für ne Scheiße? Ja! Alter, wie ich diese Ecksprünge haste, ne? Okay, ich hab's geschafft. Als wenn du jetzt... Du fühlst dich jetzt so, als wenn du die ganze Adventure geschafft hättest. Oh, ne. Ich hab nur das nochmal mit den Balken nochmal gemacht. Ja, ich weiß, aber du fühlst dich grad so. Boah, ich war schon auf der Leiter drauf. Nein! Okay, leck mich jetzt so. So, warte mal. Ich will das mit den Balken auch schaffen. Okay, Mut 0 da. So, warte. Ich guck dir aufmerksam zu. Alter, die Mucke ist ja immer übel laut. Hm. Okay, ich will's doch nicht schaffen. So, ich hab's aber so gut wie geschafft. So, jetzt lass weiter machen. Ja gut, das ist ja nicht weiter schwer hier, ne? Alter Junge. Wird steinig und find a way in how is it going. Wird kein leichter sein. Dieser Weg ist steinig. Blö. Geht's da unten weiter? Ja, Mann! Hast du ihn? Was war da drin? Nix. Doch, sag mal. Du kriegst die Hälfte, warte. Das will ich mit Gold, ernsthaft. Weiß ich doch nicht. Goldene Äpfel draus machen. Hast du ihn? Jo. Dann hau rein. Werfen wir da rein und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, ne? Jo. Achso, warte mal Randy mit seinem goldenen Äpfel hier. Da war er wieder am Werk. So. Jo. Willst du dich wieder verabschieden? Tschüss meine Freunde. Tschüss. Jo. Mensch. Josh. Tschüss. Quiet. Tschüss. Jo. Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ......